Kurz vor dem ab Mittwoch geltenden Lockdown in Deutschland verzeichnen Friseure noch einmal einen riesigen Kundenansturm. Viele verlängerten an den letzten beiden Tagen ihre Öffnungszeiten, um möglichst viele Kunden zu bedienen. Das ist natürlich nicht im Sinne der Vorschriften, aber die Friseure sind verzweifelt. Am Sonntag hatten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten einen harten Lockdown ab dem 16. Dezember beschlossen. Neben vielen Geschäften müssen auch Dienstleister wie Friseure wieder schließen. Normalerweise sei der Dezember für Salons der umsatzstärkste Monat des Jahres, dass sich kurz vor den Feiertagen noch mal viele Menschen die Haare schneiden ließen. Dieser zweite Lockdown bedroht nun ihre Existenzen. Über das gesamte Jahr rechnet man mit Umsatzeinbrüchen von rund 30 Prozent. Im Frühjahr mussten die Friseure schon einmal für sechs Wochen schließen und durften anschließend unter Auflagen wie Mindestabstand zwischen den Frisierplätzen wieder öffnen. Die Friseure wollen alles tun, um Infektionen zu verhindern und seien von der Politik für ihre Hygienekonzepte gelobt worden. Um Friseure vor der Insolvenz zu bewahren, müssten die Wirtschaftshilfen schnell und effektiv fließen. Die Salons hoffen demnach, dass sie ab Mitte Januar wieder Kunden bedienen können. Dann könnten sie auch verunglückte Selbstversuche auf den Köpfen korrigieren. Vielen Dank.